Die Explosion, so an sich, ja, das sieht doch schon mal gut aus. So, hätten wir das auch gemacht, ich hoffe, wie gesagt, ich übersteiere nicht und, ja, keine Ahnung. Wir werden es ja sehen, ansonsten, ne, wofür sind die Kommentare da, um, ja, vielleicht auch mal was zum Video zu sagen, anstatt nur, ja, zu spammen, guckt doch mal bei mir rein. Also, finde ich auch nicht so eine schöne Sache, aber muss ich mir jetzt auch nicht unbedingt drüber auslassen, also. Hm, ja gut, ich weiß, es gibt mittlerweile, ich bin ja auch einer mittlerweile, insofern hobbytechnisch, ein Let's Player, aber, und Blogger und wie ist der Kuckuck, und ich habe ja eigentlich nichts dagegen, wenn man ein bisschen Promotion fährt oder sonst was, aber, ich weiß das nicht, also, naja, ob das wirklich so hilft, wenn man andere Leute zu spammt und sonst ein Quatsch macht. Na ja, ist nicht mein Stil und muss jeder für sich entscheiden, finde ich, und, ja, na ja. So, kriege ich hier mal Einheiten oder produzieren wir gar keine mehr? Ah, wir produzieren gar keine mehr. Ah ja, und forschen sollte ich auch machen. So, by the way, so ein bisschen Forschung, ne? Äh, ich glaube, ein Turm ist von mir explodiert. Ah, bisher kriegen sie es noch halbwegs gebacken. Laser! Und, oh ja, die Scouts reparieren sich selbst, das finde ich genial. Ist, finde ich, dauert zwar 100 Jahre, aber es ist genial, die Technik an sich so, ne? Na ja, die Männchen reparieren sich auch von selbst, wenn man es dann erforscht hat und, ähm, ja, wir können jetzt auch mehr produzieren. Bedeutet, wir haben dann demnächst irgendwann mehr Mannekes und mehr, äh, andere Sachen. So, die Mannekes vernachlässige ich auch immer meistens so ein bisschen. Immer meistens ist auch eine tolle Aussage, so, äh, ja, Einheit 1, äh, mein Kommando. So, obwohl, warte mal, nee, das ist ja für Gebäude, ne? BÄM! So, jetzt kriegst du hier erstmal einen auf die Mütze. Und dann, oh yeah, und, äh, ja, das ist auch das Problem, dass die immer so einzeln ankommen. So, und jetzt ratzen wir den hier weg und da kommt der nächste Mal so, la la la, da ist ja eine Party, ich könnte ja auch mal hingehen, la 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 la. So, seid ihr, ja, da hinten sehe ich schon wieder Fernkämpfer und sonst was, aber, das Problem ist ja auch, die dezimieren sich hier auch immer so schön, ne? So, genau, kämpft mal gegeneinander, da haben wir wieder ein bisschen mehr Ruhe. Und dann, äh, ja, bauen wir gleich hier noch ein paar Türmchen auf. Schalalalalala. Mit den Türmchen muss man ja auch gucken, dass man, äh, Geschützturm wollen. Ja, super. So, so, hat jemand noch Platz, du bist auch voll, ähm, du siehst mir auch voll aus. Du, Scout, ähm, wo willst du hin? Ich hab dich doch nur angewählt. Da, la la la, ich fahr mal durch die Gegend. Warum auch nicht? Einmal um die Suppe, yeah, why not, why not. So, jetzt könnten wir eigentlich mal hier ein bisschen mehr Ratsi-Batsi machen und weniger erzählen oder so. Ich bin ja eigentlich auch im Club, man braucht, äh, talala. Ja, ja, gut. So, äh, ja. Könnt ihr jetzt einerseits hingehen und, ähm, vielleicht eine zweite Fabrik oder so aufbauen? Oder aber ein paar Flugzeuge bauen? Jetzt. Produktion abgeschlossen, ja, talala, supi. Aber ich hab zu wenig Charidium, wie Charade, aber auch. Ja, so ein bisschen, also, äh, Charidium hätt ich gern. Ei, 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 probleme über probleme, nie, nie. So, aber, äh, was ich auch machen kann, ist einmal einfach spoilern, äh, oder gucken, ähm, ja. Es nimmt auf, wunderbar, im Gegensatz zu diesen ganzen anderen blöden Programmen, die es einfach nicht würdeten und, äh, ich absolut unzufrieden bin. Und ihr kriegt jetzt auch erstmal einen auf die Mütze und dann gibt's ihn, aber hier richtig dicke und tacke und ducke und, äh, f4. So, und du schießt mal schneller heute, weil heute ist taktisch schnell schießend, wäre schön, wenn ihr den da rausfiltern könntet und dann wieder weg. Äh, bis die wieder hin und her sind und auch mal mehr, das ist doch hier alles. Halla, halla, der eine da vorne reagiert wieder gar nicht. Ach komm, Leute, ey, ich bin mir auf mich. Ich bin mir auf mich, ich bin so sorry, aber ich bin mir auf mich. So, und jetzt wieder auf die Waldschießung. Schubidoubidoubidoubidoubidou, du schießt schneller, weil ich das, mein so, zubbella. Oh, ja, jetzt macht der, 25 Stück die Arm drumstehen. Brrbrbrbrbrbrbrbrbrr. Und der Ding, huu, ich bin nicht glatt, huu, ich hab mehr Technologie und Mr. Coco und ach, ich mach alle nach Hause. Und der da vorne, ja, bleibt doch alle stehen, warum nicht? Ich hab euch doch ja nur gewählt und gesagt, kommt doch mal bitte hierher, aber... Na gut, wenn ihr euch um den Ding umbringen lassen wollt, die Reisen soll man hier aufhalten. So, schalala. Achso, ja, ich wollte ja auch noch sagen, wegen der Legisthenie und Vorlesen und sonstiges. Also, ich könnte es ja theoretisch tun, aber praktisch, wie gesagt, möchte ich euch nicht antun. Und, äh, ja, weil das ist einfach nur ein Gestocke und, äh, ja, auch nicht wirklich feierlich oder schön oder irgendwas. Ich weiß gar nicht, kommen die erst mit Flugzeugen, wenn man selber Flugzeuge hat? Bisher sind auch keine Flugzeuge gekommen. Ich habe das letzte Mal auch keine Flugzeuge gebaut gehabt. Also, jetzt schon, aber, äh, ich meine, jetzt das letzte Mal, wo ich durchgespielt habe, hatte ich keine Flugzeuge gebaut. So meinte ich das. Ähm, oder was heißt durchgespielt? Nach der Level war dann eben, äh, Ende im Gelände, weil, äh, da musste noch ein bisschen programmiert und sonstiges werden und, äh, gemacht. Wie jetzt? Strom-Elle. Das kannst du mir nicht antun. Einheit 9, einheit 8, äh, irgendwer. Äh, kannst mir mal schnellstmöglichst ein Stromkopfwerk bauen. Schnellstmöglichst. Ja, oh man, irgendwo ist euer Grün. So, Einheit 1. Wir brauchen mal eure Hilfe. So, crasht them und die kriegen ja auch erstmal, aah, ich liebe es. Wenn man daneben klickt, ist das Ding wieder deaktiviert. Und, äh, ja. Ja, stellt euch alle dahinter und guckt ihm zu, ja, oder was. Pfff. Die Leute, ihr seid ihr. Ihr seid ihr. So. So. Jetzt werden sie von beiden Seiten beschossen. So, jetzt müsste unsere Energie auch wieder da sein. Ich merke schon, ich habe da ziemlich zugebaut. Kommt. Jo, irgendwo hin. Irgendwohin. Oh, wo es gerade grüner ist. Keine Ahnung. Ey, die finden kaum noch einen Weg hier irgendwie rein, raus und sonstiges. Und, äh, jetzt bleibt da einfach mal stehen. Da ist Strang 1 und, äh, die Welt sind in Ordnung, hoffentlich erstmal. Soweit. Und da sind natürlich wieder Weitschießer, weil, warum auch nicht, ne? Also, pfff. Kann ich jetzt hier? Ne, kann ich nicht. Könnt ihr einfach mal da was vor die Nase bauen. Aber bis das aufgebaut ist, ist das eh wieder platt. Und heilen kann ich es auch nicht. Gibt ihm zu viel jetzt. Ah, ja, genau. Lenkt ihn mal ab. Dann, äh, ne? Brauchen wir hier noch eine kleine Nachhut oder so. Nicht genügend Schadarium. Na gut. Naja, wenn man, äh, vielleicht keine Luftseinheiten baut, bauen die es auch nicht. Und dann hat man vielleicht, äh, Ruhe vor Luftseinheiten. Wer weiß es. Ich glaube ja selber nicht dran, aber... Naja, gut, ne? Probieren wir hier auch manchmal über Studieren. Denk ich schon wie ein Weitschießer. Ich hasse die Viecher. Äh, ja. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Schadarium. Jetzt können wir auch wieder Schadarium bauen. Ja, komm. Ey, Leute. Ich hab doch geflickt. Ihr habt es genau gehört. Ich weiß nämlich, dass meine Maus mittlerweile ein bisschen irgendwie laut ist. Hat man mir auch, äh, erzählt. Dass meine Maus laut ist. Star, ready to go. Ja, dann geh doch. Pfff. Geh doch, geh doch. Alalalalalala. So, aber wie es bei Strategie üblich ist, äh, erstmal defenden und dann später möglichst, äh, dem Gegner, wenn er schon geschwächt ist, von der Kante stupsen oder so. Wie, hast du das noch nicht fertig gebaut? No. Na gut. Brauchst du jetzt beim anderen links weiter? Oh, gut. Es wäre auch schön, wenn man das so ein bisschen in Reihenfolge geben würde. Und, na, na, fern, weit. Ne, Eisnerkämpfer. Wunderbar, wunderbar. Du hast was bestellt. Äh, pff. Hehehe. Bestellt.